Hallo, mein Name ist Robert Bordas. In meiner Arbeit als Osteopath und Physiotherapeut habe ich Kranibas entwickelt. Kranibas dient als Selbsthilfe und als ergänzende Maßnahme zur therapeutischen Anwendung, wenn man gezielt an der oberen Halswirbelsäule eine Dehnung oder eine Entspannung machen möchte. Diese Erhebungen dienen der Auflagefläche der Halswirbelsäule und des Hinterkopf. Die Anordnung und Winkel dieser Erhebungen werden den Kopf in eine bestimmte Position bringen, damit die Dehnung exakt an der Stelle ankommt, wo sie auch hin soll. Kranibas ist aus einem Schaumstoff hergestellt, welches nicht zu hart ist für diese Region, aber doch einen therapeutischen Reiz induziert. Kranibas ist erhältlich in zwei Versionen. Für die Anwendung zu Hause mit einer beflockten weichen Oberfläche. Für den Therapeuten professionell zum Desinfizieren mit der glatten Oberfläche. Stellt euch eine typische Schreibtischtätigkeit vor. Wir sitzen und haben relativ wenig Bewegungsfreiheit hier oben und an den Schultern. Das heißt, wir starren auf den Bildschirm, wir benutzen unsere Schulter für die Maus, aber die Beweglichkeit hier oben wird nicht so gefordert. Das führt unter anderem dazu, dass wir am Abend meistens ein bisschen zusammensacken. Und weil wir nach vorne sacken und wir das Bestreben haben, gerade auszugucken, wird der Kopf nach hinten gebracht. Und dieses nach hinten bringen ist eigentlich das Problem, was dann hier entstehen lässt, nämlich die Kompression in diesem oberen Bereich der Halswirbelsäule. Muskulatur verspannt, diese ganze Region rostet ein. Diese Druck- und Zugkräfte, die jetzt da oben entstehen, kriegt man gar nicht so richtig gelöst. Die allgemeinen Dehnungen gehen oftmals an den Kopfgelenken vorbei. Kranibars beachtet diese Zone, indem sie mit den Erhebungen genau da ansetzt. Durch die Positionierung in der Anwendung wird der Kopf von dem ersten Halswirbel leicht gelöst. Und das ist die Besonderheit von Kranibars, um hier oben in der oberen Halswirbelsäule eine Entspannung zu provozieren. Zum richtigen Handling ist Folgendes zu beachten. Die Erhebungen setzen wir am H-Ansatz an, kippen den Kopf nach hinten, sodass der Hinterkopf die Auflagefläche hier berührt und gehen dann in der Gesamtheit in die Rückenlage. Wird der Druck zu stark empfunden, einfach das Kinn ein bisschen nach oben schieben. So lässt der Druck da hinten sofort nach und es ist nicht mehr so unangenehm. Andererseits, wenn der Druck nicht gespürt wird, kann man durch die entgegengesetzte Richtung den Druck hier erhöhen. Wichtig ist dabei nur, dass der Hinterkopf aufgelegt bleibt. Kranibars könnt ihr eigentlich jeden Tag machen, sogar mehrmals am Tag. Entscheidend ist, dass ihr euren Rhythmus findet und ihr nicht zu sehr reizt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das gut tolerieren, könnt ihr beginnen, so ein paar Verstärkungen mit einzubauen. Zum Beispiel, wollt ihr den Zug hier oben erhöhen, bewegt leicht die Füße in die Beugung und lässt wieder nach. Somit erhöht ihr den Zug. Beweglichkeit erhöht ihr, indem ihr zum Beispiel langsam nach rechts und nach links den Kopf dreht. Nicht weiter wie 5 bis 10 Grad. Oder ihr beschreibt mit der Nasenspitze eine liegende 8 und mobilisiert dann in allen drei Dimensionen. Die maximale Anwendungsdauer würde ich am Anfang nicht länger wie 5 Minuten machen. Aber ihr könnt das ausdehnen bis 15 Minuten, vielleicht sogar 20. Entscheidend hierbei ist nicht, dass ihr auf einmal viel Reize setzt, sondern dass ihr die Reize immer wiederholt. Vielleicht alle zwei Tage. Wenn man diese einfachen Regeln befolgt, hat jeder die Möglichkeit seine Verspannungen in der oberen Halswirbelsäule zu behandeln. Der große Vorteil von Kranibas ist, dass du auf einfache Weise zu Hause ohne Inabhängigkeit eines therapeutischen Terminplanes selber deine Verspannungen behandeln kannst. Welche Erfahrungen habt ihr mit Nackenschmerzen gemacht? Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen mit Kranibas gemacht? Schreibt dies gerne in die Kommentare. Weitere Informationen über das Produkt Kranibas findest du im eingeblendeten Link und im nächsten Video kriegst du noch mehr Tipps und Informationen zum Thema Nackenschmerzen.